Ja liebe Leute, ich habe mich heute mal hier wieder vor die Kamera gestellt, weil ich einfach denke, es ist total wichtig, dass wir in der heutigen Zeit beten. Beten, weil wir das brauchen. Ich habe heute Morgen in einem Krankenhaus gesessen, kleine Untersuchung, kein Corona, und ich habe so den Leuten zugehört und ich habe festgestellt, da ist unglaublich viel Panik. Also viele Menschen fragen sich, wie geht es weiter, was ist los, bleibt mein Job, wie lange dauert das Ganze, wie lange muss ich diese Maske tragen und und und. Sehr viel Verunsicherung, Schulen, auch Diffirmierung teilweise. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Corona-Zeit auch als eine Zeit des Anklopfens sehen. Des Anklopfens, wo stehe ich eigentlich? Und was atme ich? Was atme ich wirklich? Ich habe heute Morgen die Maske aufgehabt und habe mir die Frage gestellt, was atme ich und was atmen die anderen? Ich frage dich, ist es die Angst, die wir atmen? Die mainstream gemachte Angst? Oder kann diese Zeit eine Zeit sein, in der wir daran denken, wo wir herkommen und wo wir hingehen, von Gott und zu ihm? Eine Zeit, in der wir uns das Wort Gottes nehmen und nachdenken und überlegen, Herr, du bist mein Hirte, du bist mein Fels, du bist meine Zuflucht, auf dich baue ich. Psalm 91 ist eine wunderbare Quelle, dass unser Herz zur Ruhe kommt und dass wir ihn wieder in den Blickwinkel nehmen. Ihn, der uns hier wollte, gemacht hat, der uns erlöst hat, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat, der uns begleitet und der für uns den Hochzeitstisch gedeckt hat. Und auf diese Reise haben wir uns begeben und auf diesem Weg sind wir unterwegs. Jetzt geht es darum, dass wir im Glauben uns bewähren, dass wir für die anderen auch da sind. Das ist mir klar geworden, dass wir für andere Menschen beten, dass wir sie einladen, den Weg des Glaubens mitzugehen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Er hat Leben, das hier beginnt und das kein Ende findet. Und ich möchte uns und euch alle einladen, dass wir Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Dass wir sie vielleicht jetzt abholen aus ihrer Angst, dass wir ihnen den Weg zeigen, dass wir als Christen für sie beten, dass wir aufstehen und dass wir kämpfen. Auch für unser Land, für die Regierenden, für all diejenigen, die sich um das Wohl bemühen, die die Wahrheit uns auch offerieren über Corona und die tiefere Dimension. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Ich sehe das gleichsam wie ein Anklopfen Gottes. Wo stehst du? Auf wen baust du? Wo geht die Reise hin? Und siehst du deinen Bruder neben dir? Und in diesem Sinne möchte ich euch heute, und deshalb stehe ich hier vor diesem Bild, dem Bild der Frau aller Völker, einladen, dieses Gebet mitzunehmen auf dem Weg. Dieses Gebet zu beten und auch Menschen dieses Gebet beten zu lehren. Maria ist in Amsterdam und von 1945 bis 1959 insgesamt 56 Mal erschienen. Sie hat uns Botschaften gegeben. Ich halte mir das Buch dazu hoch. Und sie hat die Menschen schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eingeladen, zu beten, um den Heiligen Geist zu bitten, dass Friede in unseren Herzen ist und dass wir uns von Gott geführt wissen. Sie hat uns eingeladen, dieses Gebet zu beten als Frau aller Völker. Und so stellt sie sich auch vor, die Frau aller Völker, egal wo die Menschen leben, egal in welche Richtung sie tendieren. Sie möchte die Mutter und die Frau aller Völker sein. Und als solches hat sie uns 1951 ein Gebet gegeben. Das Gebet der Frau aller Völker, das sich an Jesus Christus wendet, als den Sohn Gottes, mit Bitte um die Sendung des Heiligen Geistes. Und sie hat uns gesagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt auch führen, gerade in schwierigen und schwierigsten Zeiten. Sie hat uns davor gewarnt, dass die Welt immer wieder dem Geist der Lüge folgt, dass eine schwierige Zeit kommen wird und dass Maria uns dort herausführt. Und wir hatten schon einige schwierige Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich habe vor kurzem darüber nachgedacht und habe gedacht, warum nicht? Warum greifen wir jetzt nicht die Hand Mariens? Warum greifen wir nicht nach diesem Gebet und beginnen es zu beten, es anderen Menschen zu schenken, mitzugeben auf ihren Weg und mit anderen auch zu beten? Ich glaube, das ist heute dran. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Lasst uns gemeinsam die Hand Mariens ergreifen als der Frau aller Völker und darum bitten, dass wir geführt werden, dass der Heilige Geist kommt. Dass wir in unserem Herzen jetzt Kraft finden. Kraft und Mut zu sagen, ja, du bist mein Hirte, du bist mein Fels, du bist meine Burg und mit dir gehe ich meinen Weg und du wirst mich führen und du wirst auch dieses Volk führen und du wirst die Völker der Welt führen, weil du für uns gestorben bist und weil du uns erlöst hast und weil wir ein Ziel haben, dass wir wieder neuen Augenschein nehmen dürfen und nehmen sollen. Und vielleicht, ganz bestimmt, ist das in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen und Gott lässt diese Zeit des Coronas zu, dass wir einen Reset machen, einen Neustart, dass wir wieder erkennen, wie Glaube die Dimension des Seins weitet, wie Glaube uns hilft, auch Leid im Leben anzunehmen und zu tragen, wie Glaube uns auch hilft zu sehen, dass auch der Tod, der ja durch Corona in den Blickwinkel kommt, eine Tür ist im Letzten, eine Tür zu Gott und dass Jesus Christus diesen Tod überwunden hat. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Lasst uns, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, diesen Glauben in die Herzen der Menschen, die uns anvertraut sind, hineintragen. Lasst uns mit ihnen beten und lasst uns für sie beten. Dieses Gebet der Frau aller Völker, aber wenn ihr wollt, auch gerne auf andere Art und Weise. Lasst uns Zeiten der Stille haben, einfach nur vor Gott zu sein, ihn zu fragen, was hast du mir damit zu sagen. Lasst uns den Rosenkranz beten, die Anbetung pflegen, vor allen Dingen den Lobpreis, auch in dem so viel Kraft ist. Jetzt, Leute, jetzt ist die Zeit, dass wir alle, du und ich, egal wo du stehst, egal wo du unterwegs bist, egal wie du bisher unterwegs warst, lasst uns jetzt zur Waffe des Gebets greifen und lasst uns darauf vertrauen, dass Gott auch heute noch Gebet erhört und wieder Gebet erhört. Und dass er darauf wartet, dass wir beten und dass wir Menschen mitbringen und betet mit anderen. Betet mit anderen. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung, dass Menschen sich berührt fühlen, weil man mit ihnen betet, weil man sie vor Gott hinträgt. Fragt sie, ob ihr ihnen die Hände auflegen dürft und betet mit ihnen. Das ist einfach wunderbar. Und lasst uns so unseren Weg gehen. Ihr könnt diese Gebete bestellen, ihr könnt sie weitergeben, verschenken, vielleicht mit einer kleinen Grußkarte oder auf der Straße verteilen. Aber lasst uns in der Richtung tätig werden. Es ist einfach wunderbar. Und Maria hat uns schon gesagt, sie wird dieses Gebet erhören und sie führt uns. Und Gott sendet dann seinen Heiligen Geist. Ich würde gerne weitere Videos drehen. Ich würde mich total freuen, wenn es den einen oder anderen gibt, der eine christliche Initiative ins Leben gerufen hat, die Menschen hilft, zu glauben. Und dann lasst uns, wenn ihr wollt, hier in Kevela gemeinsam ein oder weitere Videos drehen mit euren Erfahrungen von Gott, mit euren Initiativen, gerade in der Corona-Zeit. Und lasst uns Mut im Herzen haben, Freude und die Begeisterung darauf, dass Gott uns auch heute führt, dass er uns wandelt und dass er uns die Kraft gibt, zu lieben. In diesem Sinne, ihr Lieben, alles Gute, der Rüdiger aus Kevela. Vielen Dank. Vielen Dank.